ok nächster schritt hier sind die küchen das heißt nächster schritt ist erst einmal stone stockpiles anlegen zwei neue so und so den stone stockpile zu removen so und dann gebe ich denen noch maximale rio anzahl jetzt gucken wir mal kurz was hat er noch getötet die hatte ich nämlich irgendwo mal ein wege sehen aber jetzt sehe ich es nicht mehr jetzt sehe ich ja doch da was ist das weh hier das tote ein wolfsskelett ach so das ist noch von unseren jägern von damals gut wir haben immer noch sommer wir haben noch mehr blut da unten drin es gibt es doch nicht gut aber wir haben jetzt hier wenigstens können wir schon mal einen fahren das werde ich unter workshops leistung farmers workshop wo ist noch mal die der farm plot genau genau farm plot so bau mal bitte hier einen farm plot hin werde ich warte dass hier überall das zeug abgebaut wird building workshops können wir auch schon mal zwei meistens in auftrag geben ruhig mit konnten richtigen konglamat brauchen nicht unbedingt blogs sein dann brauchen wir kopfdorf workshops so und so und behilfsweise brauchen wir noch mechanics workshops sondern wir auch zwei stück haben die kommen mal hierhin und hierhin so der da steht leider falsch deswegen wird der jetzt noch mal nochmal neu gesetzt building workshops ich hätte ich genau gut wie sieht es hier eigentlich mit dem krafts workshop aus der macht ja keine krafts mehr auch gut was wir machen können ist neue tables aufstellen so jetzt haben wir hier schon mal 10 so und dann noch trock trug uns so hier daneben dass das ganze mal ein richtiger speise saal wird so und tors haben wir hoffentlich schon ja haben wir auch schon hier zu machen so gut dann können sie da schon mal abriegeln oh die türen passen sich so gesehen sogar so aus wie die wände das ist schick gut 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 der farmplot braucht den farber was ist das hier das ding of konglomerat ja von mir aus füllt das ding einfach mit matt ich will einfach nur dass das ding ganz mit matt bedeckt ist das herr herr das kann doch nicht so schwer sein meistens workshops sind noch unter construction ah der mechanics workshop ist fertig dann mach mal mock mechanisms zehn stück mal dass wir hier endlich einen lever hinbauen können dass wir wenigstens eine brücke hochziehen können und zwar die hier ach ja und meine meiner denen wäre ich sehr verbunden wenn sie jetzt endlich mal den weg frei machen würden für die Baracken und alles dann gucken wir mal kurz health cleaning request dressing request immer noch crutch request immobilisations request searcher request okay das ist mein weapon der immer noch bewusstlos ist für solche sachen brauchen wir klopf und alles der reinigt sich selber und wir haben keinen gekriegt der irgendwie als doc durch geht schade wenn wir mit dem leben müssen und werden was machen meine meiner gerade die füllenden pond okay jetzt ist okay ah farm plot ist fertig du im spring kannst du nichts aber du kannst im sommer picktails und ich glaube du kannst auch im autumn picktails genau das heißt sobald wir herbst haben werden wir da die pigtails in auftrag geben gut gut das ist kein blutiger flur nein das ist das saat onyx ok was ist denn da noch drin in dem gebäude das city clay ein opossum blatt was auch immer ich mit opossum blut soll wie das auch immer auszusehen dort gelandet ist ich muss mal kurz in die animals gucken turkey kobler wird nicht geschlachtet wirst du auch nicht du bist besetzt du auch jack bolle kann geschlachtet werden goos drake turkey hen nicht was der tag jack kewi papp du kannst geschlachtet werden dich braucht auch keiner und das jak kalb da gucken wir mal kurz in die zone rein pan pan pasture jak stray kauf stray jak kauf das sollte noch dorthin gesetzt werden alles andere ist okay so es sind ein paar raben unterwegs das war es aber auch schon was liegt hier alles a pile of konglomerat warm muscle warum auch immer gucken wir mal nach der farm plot hier small pile of mud das team of konglomerat ja es wird langsam wieder mal gefüllt finde ich sehr schön und es hat angefangen zu regnen auch gut so ist das ganze hier fertig ja ich habe das glaube ich schon als dining room irgendwo festgelegt ja wie es heißt jetzt machen wir das ganze nochmal richtig so genau meeting hall ist es auf jeden fall auch dann kann ich nämlich hier oben die meetings zone entfernen so dann werden jetzt zwar alle hunde darunter rennen aber ich habe sie wenigstens nicht da im haupteingang stehen und zwischen den ganzen betten da muss dann muss mein äh weapons zwerg die sich nicht mehr mit denen rum erst mal rumquälen eine karawane dazu fällt mir auch gerade was ein äh du machst rockdor ist okay craft source workshop mach bitte rockcrafts repeat das dürfte erst mal reichen das müsste jetzt die elfen karawane sein denke ich mal oder ja kurz kraft haben wir fünf bins können wir auch einfach mal so ne wir können nur seat barrels hinschleifen aber das war es auch schon nach halb so wild auch sie haben angefangen hier zu meinen ok dann macht doch mal bitte das ding frei dass wir auch an die anderen sachen kommen also an die ans krankenhaus das krankenhaus frei machen genau was wir auch das krankenhaus frei machen können wie sieht es hier unten aus das sieht alles ok aus der mechanik macht noch dings aber du solltest mir auch eine traction bench machen ok gucken wir nochmal kurz genau doch unter z wir haben sogar schon dings strafsystem weil ein farmer wurde angeklagt von unserem leader das können wir aber dezent mal ignorieren du hast alle möglichen requests gerade du musst immobilisiert werden das heißt du musst du musst auf den tracks action bench du brauchst ne quatsch die haben wir ja gebaut du brauchst b setting ja das ist glaube ich mit dem splint das blind muss gesetzt werden ich muss mich da noch mal einlesen ich hatte ab noch nicht so oft im hospital geführt dass ich weiß was ich da alles tun muss für ein richtiges hospital aber das kann ich ja nachher im wiki dann nachlesen ja hier kann ich durchschalten was so alles schon fehlt heavy bleeding tut es nicht partitial numb also hier geht es da oben um diese felder die erklärungen dafür sx cannot stand ns needs setting und x broken tissue also was gebrochenes und er liegt ist glaube ich noch immer komatisch